Musik Also, wir haben hier unsere Partizipation-Motion für das Ratssekretariat und die Unterscheidung. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Wir werden die Unterschriften jetzt prüfen lassen und Ihnen dann Rückmeldung geben. Es dauert etwa zwei Wochen, bis die Unterschriften geprüft sind. Wie war denn der Prozess? Vielen Dank. Bischof. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, also ich bin ja Gemeinderätin der Stadt Bern und für die Integration zuständig und es war mir ein großes Anliegen, heute hier dabei zu sein. Ich kenne den Inhalt der Motion nicht. Ich bin gespannt, um was es genau geht. Aber ich freue mich sehr, dass wir dieses Instrument, das wir geschaffen haben, insbesondere Christina Andicke, die da vorangetrieben hat, aber Gerda Hauch, auch als erster Beauftragte für die Integration in der Stadt Bern, dass sie wirklich dieses Anliegen aufgegleist haben. Weil mir ist es sehr wichtig, dass eigentlich alle Leute in der Stadt Bern sollen mitentscheiden, mitbestimmen können, aber wir wissen, dass die kantonale Situation, dass wir das Ausländerinnen- und Ausländerstimmrecht eben nicht auf Gemeindeebene einführen können, können wir leider nichts machen. Und deshalb muss man Instrumente auch beschliessen, die wie einen Teil dieser Mitwirkung, Mitbestimmung abdecken können. Ich finde es sehr wichtig, dass auch Ausländerinnen und Ausländer eben jetzt mit dieser Partizipation auch ihre Anliegen direkt in den Stadtrat bringen können. Und ich danke Ihnen, dass Sie diese Pionierarbeit gemacht haben, diese Unterschriften gesammelt haben. Ich weiß nicht, dass Sie das auslernen. Wir freuen uns, die Stadthilfe. Es ist ein wichtiger Moment für die Ausländer. Es ist auch ein sehr gutes Instrument, ein guter Vorschlag für die Stadt zu geben. Das ist für uns sehr wichtig. Vielen Dank. Das ist auch für mich ein großer Moment. Ich weiß, es geht immer in kleinen Schritten, aber eben auch die kleinen Schritte sind Schritte vorwärts. Und deshalb bin ich wirklich sehr erfreut. Das ist jetzt 2001, habe ich mein Amt angetreten, 2007 wurde ich pensioniert, heute ist 2019. Großartig. Also seit die Partizipationsmotion vor zwei Jahren in der Stadt Bern eingeführt wurde, warte ich wirklich sehnsüchtig darauf, dass ein gutes Thema und die nötigen Unterschriften gefunden werden. Heute ist es soweit und ich freue mich wirklich außerordentlich dabei sein zu dürfen. Und gratuliere Ihnen, den Motionärinnen, allen Motionärinnen, sehr herzlich. Die Motion fordert, dass die Stadt sich bei Bernmobil einsetzt für inklusive Personalrekrutierungskriterien. Unter der Fahne Chancengleichheit fordert die Motion, dass für bestimmte Funktionen gleich lange Spieße gelten für alle Bewerbenden, egal welcher Herkunft. Und ich frage Sie, macht es zum Beispiel Sinn für Schweizer und Schweizerinnen, die gern bei Bernmobil arbeiten möchten, in jedem Fall ein Sprachniveau auf Universitätsstufe zu fordern? Frage. Müssen Personen, die nicht deutscher Muttersprache sind und gerne bei Bernmobil arbeiten möchten, Fachartikel und längere technische Anleitungen verstehen können, auch wenn sie nicht in ihrem Fachgebiet liegen, Fragezeichen. Nebenbei eine weitere Frage. Wie viele Muttersprachler und Muttersprachlerinnen können das, die tüchtig sind in ihrem Beruf und im Fachgebiet, solche technischen Anleitungen nicht aus ihrem Fachgebiet verstehen? Ich begrüße natürlich, dass die Motionärinnen auch gerne sehen würden, dass der Arbeitgeber Bernmobil seine neuen Mitarbeitenden in der Fachsprache gezielt schult. Ich gehe davon aus, dass das allen neuen Mitarbeitenden, auch denjenigen Schweizer Nationalität, zugutekommen soll. Besonders freut mich aber, dass mit diesen im heutigen Kontext selbstverständlich erscheinenden Forderungen, jedenfalls mir, ein weiterer konkreter Schritt initiiert wird. Chancengleichheit bekommt so einen konkreten Inhalt. Eine so verstandene und praktizierte Chancengleichheit schafft neue Realitäten im Alltag. Weg von offener oder versteckter Ausgrenzung, weg von gesellschaftspolitischen Planspielchen und hin zu einem offenen Miteinander in der Arbeitswelt, einem Miteinander, das die Bezeichnung Augenhöhe auch wirklich verdient. Ich wünsche der ersten Partizipationsmotion einen fulminanten Erfolg im Stadtrat und anschließend in dem von mir so geschätzten Betrieb Bernmobil. Dieses Thema ist für uns sehr, sehr wichtig. Also es ist uns ganz klar, dass Sprache sehr wichtig ist, allgemein für den Beruf, für den Alltag, für die Integration. Aber Sprache wird vielleicht auch manchmal instrumentalisiert und leider auch benutzt, um Leute zu diskriminieren. Das passiert auch leider. Mit diesem kleinen Schritt, für mich ist es ein großer Schritt, das zu sehen, zu erleben, ist wirklich, wirklich sehr, 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 sehr schön. Und ich glaube, wir machen einen Unterschied mit dieser Aktion. Und ich bin sehr dankbar für eure Arbeit. Danke. Vielen Dank.